Musik Oh jetzt ist es schon halb vor früh geht es hier Aaaaaaaaaaahhhhhh Fick dich doch da drüben Also ich weiß nicht ob ich das Battle wirklich nehmen soll Dann Komm jetzt fick ich dich aber weg hier Was wie Fehlt mich das jetzt juckt, dass du hier so Ja Junge Gesterben, Gesterben, Gesterben Junge du machst einfach auch keinen Schaden Alle geklebt beide in der Lava drin Das ist scheiße Es ist spielbar natürlich aber es ist scheiße Das ist einfach zu ekelhaft Krimkit Ah nö Schnappen wir jetzt so nen Goldapfel Geh ich rein Hey keine Sonne sich schon Na egal Absorbation hatte Egal Bis jetzt haben wir uns ziemlich gleichzeitig Ja gut jetzt hab ich ihn weggekommen Jetzt ist er weg Tjo Das war wohl nix du War wohl nix das ist geiles Weil ich gewonnen habe Also ich weiß ja nicht Ich weiß ja nicht Ich weiß ja PvP selber bin ich richtig schlecht Hä ist mir damit einfach Abfang Absicht eigentlich am Anfang kurz weg D Das ist einfach Ist mein eigentlich am Jetzt hab ich meinen halben Satz vergessen Egal, also bei dem anderen Kit, das war vor schon eklavt, egal. Ich will gar nicht so viel von den anderen Kit erzählen, wenn ich, ähm... Hey, wie geht denn das überhaupt mit dem Scheiß, mit dem Schwert, äh, Angelsding? Ich kann das nicht. Ich hab mich grad links reingedreht, fahre mich grad auf. Hey, ich, ich kann, ich, okay, ich scrolle allerdings auch. Komm, ich will den jetzt wegkramenbohren. So, das war jetzt ein Fehler, hast du jetzt die Angel... Nein, 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 nein! Nein, 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 nein. Ich sage, es wär ein Fehler gewesen, wenn er jetzt... Das ist ganz gut. Ich hab grad nicht gewonnen, aber so ist es ganz gut. Da ist es echt wie du. Jetzt weiß ich. Beuchipsche history Okay, nice, gott. 50 Blocken. Köln aber kann man schauen wer es überlebt äh die Bistin was war denn mit dem scheiß TNT überhaupt wo wenn ich mich schlagen kann bringen da sind wir noch wo ist denn jetzt ich bin da hallo ok steht da eigentlich Hashtag keine Ahnung oh das ist eine kleine Burg die nehme ich jetzt ein wo ist denn der Typ überhaupt willst du mir nicht sagen das ist immer noch okay das ist witzig 1 9 kommt bei 3 und ich spiele einfach immer noch mit 1.8 gut haben gefunden das war das jetzt so 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 jetzt jetzt in 1 kann es sein dass ich bei dir rumleg eventuell weil der schlägt dann wieder einfach war das hin ha 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 na gut es liegt irgendwie schon hart ne er legt so krass rum das das ist also ich glaube er schon längst gegen mich gewonnen weil ich habe ihn schon öfter geschlagen er hat es auf jeden Fall gewonnen das ist super das war Fußball 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 Girl X 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 Unge, bist du blöd oder so? Hm, weiß ich nicht. Echt? Ich renne halt von mir aus noch rein, wenn's sein muss. Das ist geiles Gitter. Allerdings ist die Map scheiße. Die Map ist jetzt nicht allzu toll für das. Warum hat man nur 4 Pfeile, obwohl ich so gut bin? Relativ gut. Bogen schießen. Ficken. Fuck, kein Fall mehr. Ja, als ob du noch einen Pfeil hattest, hä? Als ob. Nein, 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 nein. Danke, das rauspuschen, ich bin tot. Tod. Mhh, boah, lol. Oh, schade, hat nicht so, er den Pfeil, fuck. Muss immer noch ranken, das bin ich tot. Hier, heute nicht getroffen. Tod, trotzdem tot. Tod. Ja, als als er jetzt rumgelegt hat. So, ich muss jetzt so, dann, glaube ich, reicht's lang. Es ist immer noch ein einziges Gefecht. Und dann, sag ich ganz einfach, ob das jetzt, ob ich ein paar rausschneide, weiß ich noch nicht, das sehe ich dann schon. Allerdings, wenn sich dann soweit dann gefallen hat, lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Hä, wo ist er jetzt wieder hin, ey? Ach komm, das nervt. Hä, voll, ich hätte ihn viel öfter als er mich. Hab ich auf! Das ist echt manga. Pilgrött, weil so. Was machst du da eigentlich? Hä, hä, hä? Voll mit dem Goldschwerr machst du auch, komm, Schaden irgendwie. Also ich, du, wir beide. Komm ich, ich. Komm, nein, 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 nein. ähm freundchen hä es ist doch bestimmt so gemacht dass das sonst haben wir beide ein Problem sonst ich echt meine willst du mich eigentlich verarschen da ist auf die beste Idee gekommen ok viel Spaß es geht es ah geil Junge ich hätte dich einfach mit der Faust tot dann kommt sie was aus Junge ich erschlag ihn jetzt ja Junge bist du eigentlich scheiße oder was was machst du da eigentlich nicht ich fälle jetzt gerne gegen ihn ganz ehrlich weil dieses Kit ist scheiße ich werde jetzt aber diese Träger noch verbrauchen er soll sein Schwert auch noch kaputt machen komm mach dein Schwert noch schön auch kaputt komm schlag drauf schlag drauf jetzt schlag drauf ey ich bin gespannt was du machst also ich werde das jetzt weiß nicht wie ich das dann mach schlag 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 ja schlag mhm wixer unspielbar das ist scheiß ins Kit ok Leute wenn sie euch fallen lassen ist Posiwertung da und sonst würde ich sagen Leute hau drin bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal